servus und herzlich willkommen wenn ihr euch das jetzt anschaut dann hat der weltcup hier in leogang vermutlich schon vor ein paar tagen oder sogar wochen stattgefunden im grunde genommen ist es aber auch wirklich vollkommen egal weil ich bin mir sicher ihr erinnert euch an die absolut spektakulären bilder die hier stattgefunden haben andy kolb weil die höll beide weltcup-siege vorheim publikum da unten ist es absolut eskaliert und ich krieg da gerade noch gänsehaut naja in meinem fall ist es aber auch ein paar stunden erst her der punkt ist so spektakulär das bei euch im fernsehen ausgesehen haben mag es ist in echt noch so so viel verrückter und deswegen habe ich heute mein trusty maßband hier mitgenommen und dann wollen wir doch mal sehen wie verrückt einige dieser manöver wirklich sind und vielleicht vielleicht probiere ich die ein oder andere line sogar auch mal und dann wollen wir doch mal sehen wie schwer das ganze ist und hier ist auch schon die erste stelle die wir uns anschauen schaut mal darüber da sind ganz ganz kleiner absprung und anschaut mal darüber da ist ein riesiger war right und einige verrückte springen von hier nach da und das ist so unglaublich weit das messen wir jetzt erst mal aus sieben metern 14 meter freunde 14 meter und das bei dem speed und direkt in so eine kurve rein ich habe das selber schon ein zwei mal auf dem downhill bike gemacht ich werde jetzt absolut nicht nachmachen weil ich glaube um die uhrzeit fliegt kein hubschrauber mehr und mit dem duro bike will ich mir die kompression nicht geben wir gehen dafür jetzt aber in den wald da wird es richtig lustig das kann auf jeden fall reichen heute ganz nach vorne zu kommen jetzt aber das wald stürzt okay 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 also das schauen wir uns jetzt hier einmal noch mal an bis wohin da wirklich geflogen wurde aber das schon mal wildes manöver hier aus dem staub raus aus der rad raus die messen wir gleich auch mal noch aus weil die ist wirklich massiv tief dann gucken wir mal also an die kolb ungefähr auf höhe der orangenen matte bis hinter die wurzeln wird gemessen also drei meter 50 werden hier wieder eingestellt erste kuhle zweite kuhle also wir sind jetzt bei 9 meter 50 die kollegen kolb und co hier raus gezündet sind ihr müsst euch das mal ganz kurz nochmal anschauen wir haben hier noch eine kleine wurzel die ist abgefahren die wird jetzt eigentlich zum rutschen bringen aber es ist jetzt auch nicht richtig geil darüber zu fahren das heißt man muss hier wirklich diesen teil treffen der ist so ungefähr eine hand breit und da muss man hier vor allem tagsüber aus dem grellen sonnenlicht in den dunklen wald reinspringen nachdem man gerade mit 60 70 sachen hier die motorway runtergebolzt ist und nachdem noch völlig unruhe im fahrrad ist weil und das schauen wir uns jetzt da oben mal an da solche bremswellen drin sind also weltcup sprecher aus erfahrung da wird hart gebremst und jetzt schaut euch mal hier sowas an da versenke ich mein halbes schienbein drin ich weiß nicht ob die davor schon da war aber da haben wir so gute 25 cm 20 cm bremswellen löcher das ist quasi der komplette federweg den so ein downhill fahrrad hat der nur in einer bremswelle verschluckt wird beziehungsweise die jungs fahren dann trotzdem nicht mit komplett weichem fahrwerk durch das heißt die kriegen noch 10 cm ordentlich auf die fresse und dann geht es halt da unten rein the hard sport was was halt noch dazu kommt das müsst ihr auch bedenken es war zwar nicht nass dieses wochenende aber der staub hier hilft halt auch nicht weil man springt quasi aus einer kurve raus macht das ganze auch nicht leichter und ist natürlich auch der grund warum ich das jetzt leider hier enduro und so weiter leider nicht machen kann schade wirklich schade wir gehen weiter runter das ist gut darunter auch hier jetzt richtig diese wow wie kann man das so fahren unglaublich hier gespielt hast du das gesehen einfach auf die seite gesetzt jetzt zu ninas stelle die problemlos durch raus ich habe so lange nicht mehr gemacht leute ich sage es euch und dann auf der karre hier muss man sich erstmal wieder dran gewöhnen also ihr habt gesehen das sah ganz übel aus man muss sowas ein paar mal fahren aber heute wird sämtliche eitelkeit über bord geworfen ihr könnt euch nicht vorstellen wie steil es sich ich hoffe man sieht es auf dem video bis nach da oben zur ersten stufe sind es bestimmt von hier 7 8 meter oder sowas und allein diese stufen jeweils zu droppen wie ich das gerade gemacht habe wie zum beispiel auch weil die höll das gemacht hat wir spielen das hier einmal ein ist wirklich komplett insane weil man hat bei jeder stufe werden wir gleich sehen anderthalb meter oder sowas drop keine keinen halben meter bremsweg und dann geht es direkt weiter hier hat man sogar noch so eine doppelstufe so eine unangenehme aber dann gibt es halt die leute die springen hier zwischendrin die springen in diese sektion rein also wenn ich das richtig gesehen habe landet das hinterrad dann irgendwo hier und ich glaube im idealfall landen wir mit dem vorderrad wahrscheinlich schon da unten oder hier auf diesem kleinen stück da unten der anlieger besteht nur noch aus holz mittlerweile hat es ja auch einige leute dann im finale gekostet aber da ist wirklich andere dinge passieren hier ich sag es euch es wird gemessen also ich schätze auf drei meter runter sieben meter weit oder sowas also sagen wir mal man würde hier so ungefähr landen wollen sowas ich glaube in manzerlei hinsicht ist es vielleicht sogar leichter zu bremsen weil man früher mit dem boden mit dem reifen wieder auf dem boden ist als wenn man hier runter droppt also acht meter im steilsten stück dass ihr jemals gefahren seid und man könnte sich leider keine latte aufhängen aber wenn ich mir das anschauen also zwei meter geht es da easy runter wenn nicht sogar drei und wenn ihr euch das hier nochmal kurz anschaut theoretisch springt man auch schon ein bisschen weiter da oben weil ihr seht das ganze fällt ein kleines stückchen ab die bremsspuren sind da oben und dann hört das ganze eigentlich auf das heißt wahrscheinlich springen die meisten leute sogar ein bisschen früher und da muss man derartig präzise unterwegs sein und vor allem ein derartig gutes setup haben dass einen da nicht über den lenker haut oder wenn man die kontrolle verliert das ist also beyond understanding wir haben da unten jetzt aber noch eine schöne sektion vorher gespottet an der mr jackson goldstone eine ganz andere linie gefahren ist als der sieger an die kolb die schauen wir uns mal an weltcup streche leogang es geht weiter die highline wird nicht genommen ah ja 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 hier haben wir sie doch die sektion raus und 15 11 noch mal ein zehntel auf hier leichter leicht weggerutscht vielleicht nicht ganz so spektakulär hier dafür aber umso interessanter weil eigentlich alles sowohl bei den frauen als auch bei den herren hier die innere line genommen haben das heißt hier innen innen rein gefahren und dann haben wir jackson goldstone der sich eben hier hoch auf den sprung gearbeitet hat und dann hier rein gedabbelt ist der vorteil den man hat wenn man hier rein dabei ist dass das fahrrad schon so ein kleines bisschen mehr in richtung der strecke zeigt wie man eigentlich weiterfahren will wenn man hier innen rein fährt dann hat man erstens hier so eine kurze phase wo man mit dem vorderrad schon über die kante rüber ist und das hinterrad hier aber noch auf diesen loosen gravel eventuell rutschen könnte könnte und dann schlägt einen da unten natürlich ordentlich in die kurve rein wodurch man dann unter umständen theoretisch ein bisschen zu weit links ausgerichtet sein könnte das waren auf jeden fall die zwei lines ich werde jetzt mal beide noch fahren mal schauen was sich für mich more comfy anfühlt ich könnte mir vorstellen dass das hier die angenehmere ist mit rein springen weil man nicht so rein knallt wir werden sehen also hat sich hier eigentlich ganz gut angefühlt dafür habe ich mir da unten die strecke nicht gut genug angeschaut bin die direkte linie gefahren wo habe ich gekriegt und aus der strecke raus ich hoffe es wird beim zweiten mal besser es war in der tat ein bisschen smoother gefühlt also nicht mehr der graz hier eines jackson goldstones ich glaube ein zweimal muss ich noch machen damit es auch schnell ist aber ich glaube es wäre besser für mich für mich aber ich weiß auch dass ihr alle noch ein feature sehen wollen das natürlich das riesen gab aus dem wald raus und da marschieren wir jetzt mal hin ok ich bin ganz ehrlich ich weiß nicht wie wir das hier messen sollen vielleicht müssen wir einmal außenrum gehen und dann noch zwei drei meter für die kurve abziehen aber ich sage es euch so es ist ein richtig richtig großer sprung also chapeau an alle die darüber geflogen sind ich muss mir das jetzt mal ernsthaft überlegen weil es ist halb neun uhr abends und ich bin gestern sehr spät ins bett und wir haben heute schon sehr viel gefilmt ich würde vorschlagen ich würde tatsächlich vorschlagen wir machen es so wenn ihr mich dieses gap hier springen sehen wollt dann würde ich euch bitten einmal ein abonnement dazu lassen und ich sag mal bei 1000 likes auf dieses video organisiere ich das irgendwie dass wir hierher kommen noch mal ich den downhiller mitbringen frisch und ausgeschlafen und dann brennen wir hier auch mal noch eine schnelle abfahrt die strecke runter sounds like a plan sounds like a plan jetzt wird gemessen hier sind unsere klassischen drei meter so weitere drei meter bis hier drei meter bis hier also ich sag mal so wenn ich jetzt bis hier ungefähr messen würde dann wären wir pipapo bei 15 metern wir haben natürlich eine kurve gemacht und theoretisch könnte man jetzt wahrscheinlich ausrechnen wenn man hier den den radius einmal nimmt und dann ein bisschen schaut wie und was aber ich gebe dem ding 12 meter 12 meter und wahrscheinlich dreieinhalb runter oder sowas und immer im kopf behalten am ende eines race runs auf so einer strecke hier und auch gerne da noch mal dran denken letztes jahr im match da haben sich wirklich absonderliche szenen abgespielt also ich glaube so viel kann man sagen absolut insane was hier auf dieser strecke sich abgespielt hat auch noch mal wirklich heads off an bei die hölle und an die kolben natürlich auch an alle anderen für mich war wieder wirklich ein harter reality check waren vielleicht nicht die besten bedingungen das jetzt heute zu machen dieses video aber trotzdem sehr schön zu sehen mal wieder so eine richtige richtige downholtstrecke unter den reifen zu haben mir wünscht ihr das downholtbike dabei aber wie gesagt vielleicht kommt es ja dazu ich würde euch einfach mal bitten einmal in die kommentare zu hacken was eure liebste downholtstrecke ist und welche die schwerste ist oder welches die schwerste ist die ihr bisher gefahren seid mir hat es wirklich viel spaß gemacht aber aber eh schon geklärt und ich glaube dann bleibt mir gar nichts anderes übrig einfach viel downholt schauen freunde es macht spaß und dann sehen wir uns beim nächsten mal Tschüssi